ja leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute für euch im test mal wieder eine batterie und zwar die sanderkong bruttos von leslie eine 36 schuss salut batterie gefällt mir persönlich richtig richtig gut kann man ordentlich lärm machen an silvester und ja wir haben hier eine nec von ca 97,2 gramm ich weiß nicht ob man das hier unter der folie so gut erkennen kann auf jeden fall ist das eine richtig geile salut batterie wie ich finde ich habe sie letztens beim kollegen am geburtstag gezündet für euch dann natürlich auch mitgefilmt und ja dann wünsche ich jetzt auf jeden fall viel spaß beim test ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017